Du fliegst ja wieder vom Dach oder so. Ne Alter, da versuchst du ja mal zu snipen, stimmt ja. Und du meinst das geht nicht? Nö, das kriegst du nie hin. Das kriegt mir Alf nie hin. Und ich würde sagen, guten Tag zu einer neuen Folge GTA Online. Wir spielen hier Alter LTS und warum? Weil er die letzte Folge Wolkenkratzer wieder monströs schlecht verloren hat. Ja Leute, der Verlierer darf sich jetzt immer die nächste Map aussuchen, ist das nicht geil? Ja. Also darf sich Alf quasi immer die Map aussuchen. Du weißt was wir hier nachher wieder spielen, ne? Nur danach, spiel FIFA an. Du spielst überhaupt kein FIFA an. Hol doch mein Freund. Hol doch. Ich glaube es ist gerade ziemlich dumm was ich mache. Oh ja, das ist sehr dumm. Was macht er denn da? Auf Alter. Siehst du? Jetzt werde ich nur noch defensiv. Wie geht denn das? Jetzt werde ich nur noch campen. Ich gehe in den Leiter hoch und er springt da vom Dach. Ja, weil ich auf dich schießen wollte, vor Schreck. Du bist da hinten weggerannt. Ne, ne. Ich habe dich ja schon einmal angeschossen gehabt. Die Lache. Nicht so was witziges sagen, wenn ich hier am Trinken bin. Klar, ich habe mich angeschossen gehabt. Du hast mich nicht gesehen und ich habe dich da weggeschossen. Ja. Weggebämmt. Oh Mann ey. Ich weiß auch nicht. So, dann nehme ich mal diese Taktik jetzt hier. Ja, ich nehme jetzt auch mal diese Taktik jetzt hier. Ja, ich nehme jetzt mal diese Taktik. Drei laufig. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Oh Gott. Das war's für heute. Okay. Auf, zu und durch. Schluss, aus und vorbei. Ah, der Penner. Ja. Hättest du wohl gerne. Nö, einfach nö. Du hörst nicht piepen. Piepen hörst du es? Alter. Ah, lala. Oh, fuck. Nein, nein. Ja, 2-0 auf, Alter. Ja, 2-0 auf, Alter. Was ist los mit dir? Ja, ich komme zurück. Alter, guck mal, wie viel RPs ich mehr hatte. Weil ich einfach besser war. Da schneidet er wieder raus. Alf, ich höre dich nicht mehr. Deine Bambusleitung. Deine Bambusleitung. Wahrscheinlich holt er sich jetzt wieder Würstchen und isst Würstchen im Video. Ja, ganz genau so werde ich es tun. Und dann werde ich sagen, du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Oh, mein Gott. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Nein. Sagt das Zauberwort und du hast die Macht, du kannst... Nein. Wow. Ich hab's überlebt. Haha, vorausgefallen. Jedes Mal. Ist gar nicht vorausgefallen. Jedes Mal. Alf pushen Moment. Hier, der Hock da hinten. Denkst du, ich seh dich nicht? Denkst du, ich seh dich nicht. Nein. Oh. Wie er einfach so im Pool landet. Ich hatte keine Waffe bisher. Oh, Skype. theyh, hey, 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 uh, hopeены wir. Oh, hier, hey, 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 hey! Oh, ich hab's auf fire. Hie, hey, 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 hey,епinja dia! Nein, 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 nein. Puh. Puh. Ja, das war knapp. Ah, verdammt, ey. Mit deinen scheiß Granaten rum. Im Laufen habe ich dich zerstört. In die Luft gejagt. Mensch, du bist ja echt Gute. Ja, das war echt Gute. Ja, aber ich habe zwei Punkte auf deiner Lieblingsmap gemacht. Das ist nicht meine Lieblingsmap. Mein Lieblingsmap mit Wolkenkratzer. So ein Schnacke, Alter. Ihr kriegt mit Glück mal einen Punkt auf Wolkenkratzer und ich habe hier zwei auf Alter gemacht. Womit? Mit Können. Da sagt er nichts mehr. Er weiß, dass er hier verlieren könnte. Das wurmt ihn. Weil wenn er verliert, dann habe ich ihn auf allen seinen Maps geschlagen. Tennisplatz Jawolski, Panzer Jawolski. Die will er ja nicht mehr spielen, weil er weiß, dass er da untergehen wird. Wie er rumschnackt hier. Nee, 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 nee. Komm. Ich habe das auf der Aufnahme. Alles Lügen. Nee. Habe ich nie in meinem Mund genommen, diese Worte. Oh doch. Nein. Oh doch. Nein. Oh doch. Oh nein. Doch, doch. Doch. Oh ja. Der D tempo jetzt bin ich mir wichtig. Nein. 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 Ich habe die falsche Waffe drin gehabt. Ich hätte nicht längst gehabt. Ich habe das Schirrschützengewehr gehabt. Du bist 20 Meter in die Luft. Ach geil. Mann ey, ich habe die falsche Waffe drin gehabt. Also eigentlich steht es ja 4 zu 2 jetzt. Da Haftbombenkills. Irgendwie hast du Probleme mit der Aussprache heute, ne? Nö, nö. Das leckt dir bloß ein bisschen. Ja, du leckst. Ist die Frage, du wo dran? An einer Frau? So ein Schnacker. Das sagt da gar nichts. Hä? Da sagt er wieder gar nichts. Ja, ja, genau. Hä? Alf, ich habe dir einfach 2 Punkte mal gegönnt. Pfff. Ah, süß ey. Ich weiß gar nicht, was du lachst. Ich lach gar nicht. Wirst du mich lachen? Nö. Wieso? Nein, 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 nein. Ach, das kann doch nicht sein. Die ist 5 Meter, ey. So ein Rotz. Dritterkill mit Haftbomben. Ja, lächerlich. Also Alf, das ist echt peinlich heute für dich. Warum ist das peinlich? Warum ist das peinlich? Du kannst doch nichts anderes. Du kannst. Alf Buschi waged jetzt hier zum ersten Mal. Der kann doch nichts anderes als mit seinen Haftbomben. Das ist ja das. Also, das habe ich alles bei dir abgeguckt. Hä? Ich taktiere ja. Ich wechsle die Waffen und so. Aber du, du machst ja hier dauerhaft Cheat. Ja, wenn es so einfach geht bei dir. So, ich werde jetzt Käpt'n. Wenn du mit den Scheißbomben überhaupt keine Chance hast. Money. Ich lasse die Zeit ablaufen. Da du führst, kriege ich dann den Punkt. Ja? Ja. Cool. Finde ich gut. Nein! Oh, Alter! Wo ist denn der Kleine? Nein! Nein! So knapp! Ja, Alf. So knapp! Mit der Sniper habe ich dich auf Alter ausgegeben. Du warst 2-0 geführt, oder? Mhm. Das reichte mir auch. Ein Punkt auf Alter. Alles war gut. Ich weiß ja, dass ich hier immer verlier. Deswegen ist mir... Ich wusste das ja vorher. Aber... Ja, Verlierer darf aussuchen, ne? Nächste Map. Nö. Jetzt... Guck mal, jetzt will er schon wieder nicht. So, Leute. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Gefällt gut! Jetzt will er wieder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Guck mal, ich hab... Eigentlich war ich fast besser als du. RP und Bargeld, also... Tschüss. Da wär ich nicht stolz drauf jetzt. Tschüss. Tschüss. Da geht er. Ich wette, er macht jetzt auch die Playstation aus und will nicht mehr spielen. Ne? Woher weißt du denn das? Ja, ja, ich kenn dich ja. Also, du willst nicht nochmal eine Map? Ne. Du darfst aber morgen die erste Map aussuchen. Ich schneid das alles noch mit rein. Ich hab noch nicht schüss gesagt, ne? Das ist alles noch drauf. Bei mir aber nicht. Weil er muss jetzt gehen, weil wenn er verliert, kann er mal nicht schlafen. Ja. Ne. Das ist so typisch, äh, Stricherlord. Ey, das darfst du nicht sagen. Ich darf das sagen, doch, doch. Ey, das darfst du nicht sagen. Du lässt ja wieder die, äh, Peckstrudel raus, Strudel aussenken.